Sita-Sana ist die Stellung der Sita, auch übersetzbar als Stellung der Ackerforsche. Samuel bei Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Setze dich auf den Boden, gib die Fersen zusammen, aber gib die Fußballen auseinander, Zehen nach außen. Gib die Unterarme oder die Ellbogen auf die Knie und gib die Fingerspitzen auf den Boden, Handflächen nach vorne. Das ist Sita-Sana, eine Stellung benannt nach Sita, der Frau von Rama. Vielleicht auch eine Stellung, weil du hier sehr nah am Boden bist und deshalb entspricht dieser Stellung auch der Bezeichnung Ackerforsche Sita. Das ist Sita-Sana.